Rechtsformen Österreich, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts oder auch kurz GESBR genannt. Die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts gehört zur Kategorie der Personengesellschaft und dementsprechend benötigen wir auch hier für die Gründung einer GESBR wieder mindestens zwei Gesellschafter. Die Gründung erfolgt durch den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages. Auch hier gilt wiederum, dass dieser Gesellschaftsvertrag keinen Formvorschriften unterliegt und dementsprechend auch rein theoretisch mündlich abgeschlossen werden kann. Hiervon ist jedoch aus mehreren Gründen abzuraten. Es empfiehlt sich immer den Gesellschaftsvertrag in einer schriftlichen Form zu verfassen und dementsprechend auch zu unterzeichnen. Die GESBR wird nicht ins Firmenbuch eingetragen und dementsprechend darf die GESBR auch nicht mit einer dementsprechenden Firma auftreten. Die Gesellschafter der GESBR treten weiterhin als selbstständige Personen auf. Es darf jedoch ein Zusatz auf diese GESBR sich eben dementsprechend beziehen. Erst ab einem Umsatz, also Jahresumsatz von einer Million Euro beziehungsweise von 700.000 Euro in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ist die GESBR nicht mehr zulässig. Werden diese Grenzen also dementsprechend überschritten, so ist eine verpflichtende Umgründung in eine andere Rechtsform erforderlich. Also beispielsweise in eine OG oder in eine KG. Was dann in weiterer Folge aber eben auch dazu führt, dass wiederum eine Eintragung ins Firmenbuch erforderlich ist und dann dementsprechend eben auch wieder mit der Firma agiert werden kann. Sehen wir uns als nächstes dann noch die Kapitalaufbringung an. Grundsätzlich gibt es für die GESBR keine Verpflichtung, ein gewisses Kapital einzubringen. Jedoch ist es auch hier wieder so, dass im Gesellschaftervertrag geregelt werden kann, welcher Gesellschafter welche Einlagen und in welcher Höhe dementsprechend in die Gesellschaft mit einbringt. Die Haftung gilt ebenfalls wie bei einer OG, das heißt wir haben hier eine unbeschränkte und solidarische Haftung der Gesellschafter. Was so viel bedeutet, wie dass alle Gesellschafter für die kompletten Schulden der Gesellschaft bürgerlichen Rechts haften und dementsprechend auch mit ihrem Privatvermögen dafür haften. Wer hat die Leitungsbefugnis und Kontrollrechte? Grundsätzlich ist es so, dass bei einer gesellschaftbürgerlichen Rechts jeder das Recht hat, das die Gesellschaft nach außen hin zu vertreten bzw. auch ein Kontrollrecht darüber hat. Hier können jedoch die Rechte und Pflichten der jeweiligen Gesellschafter auch wiederum im Rahmen des Gesellschaftsvertrages vereinbart werden, wohingegen das Kontrollrecht und die Haftung hiervon unberührt bleiben. Wie erfolgt dann abschließend noch die Gewinnverteilung bzw. die ertragssteuerliche Belastung? Ebenfalls wie bei allen anderen Personengesellschaften also beispielsweise bei der OG oder bei der Kommanditgesellschaft erfolgt die Gewinnverteilung gemäß der Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag. Und die gesellschaftbürgerlichen Rechts unterliegt keiner Einkommensteuer, sondern die Gewinne werden durch die einzelnen Gesellschafter versteuert. Und diese einzelnen Gesellschafter unterliegen dementsprechend der Einkommensteuertabelle und je nachdem wie hoch dementsprechend die Gewinne bzw. die Gesamteinkünfte der Gesellschafter sind, werden diese eben mit dem jeweiligen Steuertarif dementsprechend versteuert und besteuert.